Eilmeldung. Der Scam rund um die Plattform DCPTG ist viel weitreichender als anfänglich gedacht. Und jetzt könnte es sein, dass sogar die Plattform MyEarner, die ich selbst hier auf diesem Kanal vorgestellt habe, ebenfalls zum Scam wird. Was alles dahinter steckt und was mit angeblichen Alternativen wie YIPTG und Meteor ist, alles das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Ganz, ganz wichtig. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dabei. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute ein super wichtiges Video, denn viele von euch waren in der Plattform DCPTG investiert. Ich habe hier schon ein Scam Alert Video gemacht, das große Wellen geschlagen hat und jetzt scheint das Ganze noch viel weitreichender zu werden. Darum tut mir bitte einen Gefallen und teilt dieses Video mit allen, die irgendwo irgendwie investiert waren. Denn in diesem Video habe ich gesagt, nein, diese Plattform wurde nicht gehackt oder irgendetwas anderes, sondern das ist ein Scam und die Macher werden sich mit deiner Kohle verabschieden und irgendwo auf die Malediven absetzen. Wartet drei bis fünf Tage und dann wird die URL, die Webseite nicht mehr erreichbar sein. Und genau das war natürlich der Fall. Denn wenn du jetzt DCPTG.com eingibst, dann findest du nichts. Denn diesen Server gibt es nicht mehr. Die Plattform ist tot und das Geld ist futsch. Das Schlimme dabei, auf Plattformen wie Trustpilot, wo eben unterschiedlichste Unternehmen bewertet werden, versuchen jetzt andere Menschen, nachdem diese Plattform einfach kaputt ist und in den Scam gegangen ist, euch in andere Plattformen rein zu pushen. Zum Beispiel hier Fiemad.co. Und ganz ehrlich, sobald ihr diese Namen hört und ich zeige euch gleich noch viele weitere, vergesst es, investiert dort bitte keinen einzigen Cent. Das ist genau der gleiche Mist, ebenso wie die hier beworbene Plattform Fiemad.co wieder mal. Dann wird hier direkt in der Bewertung von DCPTG, caspar-usdt.com beworben, natürlich hier mit Affiliate-Link. Oder Gikai.net oder beispielsweise YIPTG. Das ist das, was von ganz, ganz vielen Menschen überall aktuell beworben wird, als die grandiose Alternative zu DCPTG. Lasst wie gesagt die Finger davon. Das ist alles Scam. Alleine diese YIPTG-Webseite sieht ganz genauso aus, hat sogar teilweise die gleichen Texte wie DCPTG. Also auch hier könnt ihr jetzt schon davon ausgehen, dass diese Plattform nicht mehr lange verfügbar sein wird. Hier warne ich vor Scam. Andere Menschen haben Meteor als Alternative für DCPTG empfohlen. Auch hier seht ihr, falls ihr bei DCPTG investiert wart, das Meteor ebenfalls lediglich als App funktioniert. Und die sieht sogar exakt genauso aus wie damals DCPTG, wo angeblich irgendwelche Trades gemacht werden. Und wenn du da ein bisschen tiefer in diese App reinschaust, dann siehst du hier, dass das völlig unrealistische Renditen sind. Beispielsweise hast du hier angeblich die Möglichkeit, innerhalb von einem Tag 14% Rendite zu erzielen. Oder je nachdem, wie viel Geld du einzahlst, über 15% und so weiter an einem einzigen Tag. Wohlgemerkt, das ist absoluter Blödsinn. Das kann einfach nicht funktionieren. Also auch hier Scam. Das Problem ist, ihr könnt nicht allzu viel dagegen tun, weil in der Regel diese Einzahlungen und nicht mehr funktionierenden Auszahlungen gar nicht mehr nachvollzogen werden können. Und selbst wenn ihr einen Anwalt einschaltet, habt ihr Riesenprobleme, denn dann würdet ihr noch den Anwalt dafür bezahlen. Aber die Chance, euer Geld hier wieder zu sehen, ist sehr, sehr gering. Also am besten gar nicht erst investieren. Und jetzt fragen viele von euch, was ist denn lieber Steve mit der Plattform MyEarner? Denn MyEarner habe ich selber beworben, weil ich tatsächlich überzeugt war von dieser Plattform. Sie haben zuverlässig ausgezahlt und zwar jeden Freitag. Ich habe mehrere Videos ursprünglich dazu gemacht. Also alle diejenigen von euch, die hier investiert sind oder darüber nachgedacht haben, das zu tun, jetzt ganz genau aufpassen. Super, super wichtig. Wie gesagt, ich habe fest damit gerechnet, dass diese Plattform länger da bleibt. Sie hat zuverlässig ausgezahlt und, und das war mir sehr, sehr wichtig, die Investitionsmodelle haben realistische Renditen gehabt. Das ist immer so etwas, wo man genau drauf gucken sollte. Und dieses Startup-Paket, da hast du halt 60 Dollar Rendite gemacht. Das heißt, nach 30 Tagen, nach einem Monat hast du insgesamt 60 Dollar bei einer Einzahlung von 50 rausbekommen. Und das bedeutet, du hättest innerhalb von einem Monat 10 Dollar Rendite erzielen können. Das ist absolut realistisch. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das Ganze durchaus gut funktioniert. Und bis vor einiger Zeit gab es eben maximal das Paket, das Superior Pack, wo du 1000 Dollar einzahlen konntest und 45 Tage, also knapp anderthalb Monate warten musstest und hast dann quasi dein Geld verdoppeln können. Auch das war noch grob im Rahmen. Und jetzt sage ich euch drei Sachen, warum ich alle Videos aktuell von meinem Kanal genommen habe, weil es tatsächlich leider so aussieht, als würde MyEarner langsam auch in den Scam gehen. Also solltet ihr hier überlegen zu investieren, bei mir könnt ihr es nicht mehr. Ich habe keine Links mehr irgendwo drin. Ich habe alle Videos gelöscht, schon beim allerersten Anzeichen, dass es diese Plattform nicht mehr lange geben könnte. Und es gibt drei untrügliche Kennzeichen, dass es soweit sein könnte. Erstens, ganz genau aufpassen jetzt, die möglichen Renditemodelle werden erhöht, um hochgradig unrealistische Ergebnisse. Denn bis vor knapp zwei Wochen gab es eben nur diese fünf Pläne, wo ich gedacht habe, super, das passt alles. Da kannst du sehr schnell dein Geld rausziehen und hast dadurch dann relativ wenig Verlust, selbst wenn es damit zu Ende gehen sollte. Aber dann gab es auf einmal diese Pakete hier, wo ich dann überlegt habe, oh, das könnte schwierig werden. Du sollst 10.000 Dollar investieren, hast nach 60 Tagen 30.000 Dollar, also 20.000 Dollar Gewinn gemacht. Das ist fast utopisch. Also das allererste Anzeichen, die Rendite versprechen, werden absolut unrealistisch. Da solltest du schon mal anfangen, darüber nachzudenken. Der zweite Aspekt, der noch deutlicher ist, zweiter Hinweis, dass es sich hier um ein Scam in Kürze handeln könnte, ist die Auszahlungen funktionieren nicht mehr. Und was ist jetzt am Freitag gewesen? Ich wollte mein Geld, was ich noch drauf hatte, auszahlen lassen, sogar ein Update-Video machen. Wenn ich auf Auszahlen gehe, hier zurückziehen, musst du dort dann auswählen. Dann passiert folgendes. Du musst eine KYC-Verifizierung ausfüllen. Das war es vorher nicht. Das gab es vorher nicht, wo du deinen Namen eingeben musst und deine Identität nachweisen musst, über einen Adressnachweis, über deinen Mietvertrag oder über den Strom- und Gasrechnen oder deinen Personalausweis oder Führerschein oder Reisepass dort einstellen musst, um dich zu legitimieren, um dann auszahlen zu lassen, angeblich. Aber anders war es nicht möglich. Und das Problem ist, du hast überhaupt keine Möglichkeit, in deinem Account irgendwie ein eventuell vorhandenes KYC dir anzuschauen. Und der dritte Hinweis, dass sich diese Plattform langsam in den Scam verabschieden könnte, ist, wenn du plötzlich dann über E-Mails oder über direkte Kontakte angeworben wirst und kontaktiert wirst mit der Bitte, Geld nachzuzahlen oder um die Überweisung oder Auszahlung zu realisieren, noch etwas Geld nachzuschießen als Bearbeitungsgebühr oder ähnliches. Also da solltest du dann spätestens in diesem Moment, wenn auch nur eine von diesen drei Gründen vorliegt, sehr, sehr hellhörig werden und dann lieber deine Investitionen nicht mehr aufstocken. Ich habe immer gesagt, es ist ein Risiko dabei, ein großes Risiko. Ich habe auch immer ganz bewusst gesagt, dass ihr alles verlieren könnt, also nur mit Geld agieren solltet, das ihr übrig habt. Aber ich kann es jetzt aktuell nicht mehr guten Gewissens bewerben. Vorher war das super sauber, es hat gut funktioniert, es waren realistische Renditen. Jetzt, wie gesagt, keine Chance und deswegen habe ich alle Videos ganz bewusst vom Netz aktuell genommen, um niemandem hier zu suggerieren, dass er hier Geld investieren sollte, solange es nicht klar ist, ob diese KYC-Abfrage und Verifizierung legitim ist oder ob es eine Hinhaltetaktik ist, um eben kein Geld mehr auszuzahlen. Solange bitte Füße stillhalten, nicht investieren, ganz, ganz wichtig. Sobald es ein Update zu all diesen Plattformen, die ich dir gerade genannt habe, von denen ich glaube, dass es dort sehr, sehr schlecht aussieht, gibt, wirst du es natürlich hier auf dem Kanal erfahren. Also sei so nett, falls du dieses Video noch nicht geliked hast, lass ein Like da. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal, um kein Update mehr zu verpassen. Es kostet nichts, es ist absolut kostenlos. Und wenn du keine Informationen mehr verpassen möchtest, kein Update mehr durch die Lappen, die dir gehen soll, dann klick einfach oben rechts auf die Glocke, aktiviere alle Benachrichtigungen und kriegst du automatisch eine Info, wenn es hier bei Geniale Geldideen mehrmals pro Woche neue Geniale Geldideen gibt, zum smarten Investieren und zum Geldverdienen im Internet. Dafür sage ich vielen Dank. Und jetzt, dafür, dass ihr bis zum Schluss hier ausgehalten habt, noch zwei coole Möglichkeiten, die wirklich 100% seriös sind, wo ich wirklich, wirklich fest von überzeugt bin, unter anderem, weil ich dort seit mehreren Jahren aktiv bin. Und zwar einmal mit dem aktuellen Trendjumper-Bot. Dazu findest du einen Link in der Videobeschreibung und außerdem ein Video rund um diesen coolen, automatisierten Bot, der im Bereich Trading unterwegs ist und der mir tatsächlich innerhalb von nur 10 Tagen 8.000 Euro Gewinn gebracht hat. Und ich nutze diesen Bot schon seit dem Jahr 2023. Es ist ein deutsches Unternehmen dahinter, super seriös und zuverlässig. Und da wirst du natürlich auch Verluste machen. Aber natürlich extrem hohe Gewinne. Und deswegen vertraue ich hier auf diesen Bot. Also das ist 100% kein Scam. Ich weiß genau, was dahinter steckt. Und wenn du hier Interesse hast, dann schau dir das mal ganz in Ruhe etwas näher an. Entsprechende Videos gibt es schon dazu hier auf dem Kanal. Und außerdem, wenn du sagst, ich möchte ebenfalls auf eine coole Art und Weise passiv Geld verdienen und lässt mich die ganze Arbeit machen, dann sei doch dabei bei unserem Community-Projekt. Denn auch das ist tatsächlich möglich. Also egal, ob du mit Naga Copy Trading durchstarten möchtest oder mit dem Trend-Jumper-Bot. Beides sind seriöse Möglichkeiten, passiv Geld zu verdienen, ohne wirklich im wahrsten Sinne des Wortes etwas dafür zu tun. Dazu gibt es regelmäßig Updates hier auf diesem Kanal. Aber bitte tut mir einen Gefallen, auf keinen Fall in die Scams investieren. Und was die Plattform MyEarner angeht, da gibt es wie gesagt ein Update. Sobald ich weiß, ob es dort tatsächlich zu Ende geht oder ob es tatsächlich legitim ist, dass du dort dich registrieren und legitimieren musst, um deine Auszahlungen letztendlich doch zu generieren. Also hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wenn du hier alle Hintergründe kennenlernen willst, dann klick nochmal auf das Video, was ich hier verlinkt habe, rund um den DCPTG-Scam, was dahinter steckt und welcher Skandal hier tatsächlich passiert ist. Lohnt sich da nochmal reinzuschauen. Vergiss auch nicht, dieses Video zu teilen. Klick also drauf. Wir sehen uns gleich dort.